Das Leben Eber, der Podcast zu Kirchen, Glauben, Religion und Gesellschaft. Chat, GPT oder eben auch Künstliche Intelligenz. Im Moment in aller Mund. Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre, wenn es eine Künstliche Intelligenz schon vor 2000 Jahren beim Pfingstereignis gegeben hätte. Über das machen wir heute Gedanken. Vielleicht fragen wir euch jetzt, wie komme ich überhaupt auf die Idee, Chat-GPT zu verbinden mit dem Pfingstereignis. Es ist so, ich habe vor ein paar Monaten mit dem Chefredaktor vom Bündner Tagblatt geredet und telefoniert. Und wir haben eben über die neue Technologie und den Möglichkeiten, aber auch Gefahren geredet. Bis jetzt habe ich mich eigentlich mit dieser Technologie gar noch nicht zuseinander gesetzt. Aber das Gespräch, das hat mich natürlich als Elektroniker gereizt und neugierig gemacht. Und darum ist es, glaube ich, nicht langgängig, aber es ist noch am gleichen Abend gewesen, wo ich noch an den Computer gehockt bin und mir so einen Account zugelegt habe. Ich wollte einfach wissen, was sind die Grenzen und in wie weit geht es, dass die Künstliche Intelligenz einem Menschen helfen kann. Und vielleicht, wann wird es zur Gefahr und wann verdrängt es uns vielleicht sogar aus dem Berufsalltag. Also, ich habe mich angehockt, habe losgelegt und habe sehr schnell gemerkt, das Programm kann wirklich viel. Es ist sogar in der Lage, in meinem Stil verfasste Texte zu schreiben. Und ich habe einen Selbsttest gemacht und habe schnell feststellen müssen, dass ich eigentlich fast selber keinen Unterschied merke, zwischen den Texten, den ich persönlich verfasst habe und den Texten, den ich durch die Künstliche Intelligenz erstellen lassen habe. Und da kommt schon die berechtigte Frage. Warum investiere ich eigentlich so viele Stunden für eine Kolumne oder einen Text oder auch eine Predigt, wenn eigentlich die Künstliche Intelligenz heute ja die Arbeit abnehmen kann und in ganz wenigen Minuten erstellt? Und dann hat es noch keinen Rechtschreibfehler. Die Antwort, die habe ich in einem ganz alten Text gefunden. Nämlich in dem, was vor über 2000 Jahren passiert ist in der Bibel. Schauen wir mal zurück. Nachdem Jesus zurück zu seinem Vater in den Himmel gestiegen ist, also Christi Himmelfahrt, zeichnen sich die Freundinnen und Freunde von Jesus in einem Haus zurück und schliessen sich dort sogar ein. Es sind einfache Menschen wie du und ich, die Jesus gefolgt sind und sich begeistern ließen. Sie alle sind ihm aus Überzeugung nachgegangen. Sie haben mit ihm aus Überzeugung gelebt und in ihrem Leben jetzt plötzlich einen Sinn gegeben. Der hat teilweise ein bisschen chaotisch. Er hat aber doch nicht immer ganz begriffen, was Jesus jetzt meint oder sagt. Und teilweise haben sie ja, das wissen wir auch, schon zu Lebzeiten von Jesus zweifelt. Und jetzt natürlich nach seinem Tod kommen die Zweifel noch mehr auf. Und das Nichtverstehen ist erst recht da. Und wahrscheinlich haben sie sich ja darum im Haus verkrachen. So eine Situation kennen ihr sicher auch. Ihr seid von eurem Handeln nicht immer überzeugt und dann erzüllen ihr am Schluss nicht einmal das Ergebnis, das ihr eigentlich wollten. Und in so einem Moment kommt ja schnell eine Enttäuschung rauf. Und da fragt man sich, wie kommen wir aus dem raus? Wie kommen die Jünger wieder aus dem Haus raus? Und wie kommen wir aus dieser Enttäuschung raus? Vielleicht mit künstlicher Intelligenz? Nein, ich glaube nicht. Wenn wir nämlich die Geschichte anschauen, die Pfingstgeschichte anschauen, und wir hätten jetzt gesagt, die künstliche Intelligenz soll den Jüngern in dem Moment ihre offenen Fragen beantworten, dann glaube ich, dann wären all die christlichen Geschichten und die Werte kaum um die ganze Welt herumgegangen. Denn die Chat-Chibiti verarbeitet unsere Sprache eben nur. Es beschränkt sich auf algorithmische Logik und Datenverarbeitung. Es fehlt der künstlichen Intelligenz etwas ganz Wichtiges und Wesentliches, nämlich die Inspiration. Die Leidenschaft. Und genau von dem erzählt uns doch die Pfingstgeschichte. Der enttäuschte, chaotische Hufe sitzt mutlos in einem Ruhm. Es ist echt die Katerstimmung. Und plötzlich, heisst es, und plötzlich kommt vom Himmel her ein Brausen. Wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllt das ganze Haus, in dem sie waren. Es erschienen ihnen Zungen wie Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen liess sich eine nieder. So können wir es lesen im Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 2 und 3. Das Für, können wir es symbolisch interpretieren. Feuer bringt Licht ins Dunkle. Die Freundinnen und Freunde von Jesus, denen geht jetzt plötzlich ein Licht auf. Sie begreifen plötzlich, was Jesus ihnen die ganze Zeit hat erzählen. Sie erkennen in Jesus der auferstandene Retter und begreifen, dass die vergangenen zwei Jahre mit Jesus nicht einfach um nichts gewesen ist. Und gleichzeitig fängt das richtiges Brennen in ihrem Herzen an. Das Brennen vor Leidenschaft. Der Heilige Geist führt zur Inspiration, die Türen vom Haus zu öffnen und rauszugehen in die Welt und die frohe Botschaft von der Auferstehung überall zu verkünden. Eine künstliche Intelligenz liefert uns zwar wahrscheinlich eine theologisch perfekte Auslegung der Auferstehung, aber damit hetzen sie sich dann auch. Denn bei künstlicher Intelligenz fehlt ganz klar der Geist von der Leidenschaft und Inspiration. Beflügelt vom Heiligen Geist ist nämlich viel mehr möglich. Durch die Inspiration vom Geist können wir unsere eigenen kreativen Ideen entwickeln und in die Daten zum Wohl unserer ganzen Gemeinschaft einsetzen. Ich habe mir überlegt, ob ich dann auch schon so eine Inspiration hatte. Und mir ist tatsächlich etwas in den Sinn gekommen. Und zwar, als ich noch ein 16-jähriger Jungmachtleiter war, bin ich mal im Archiv, im Vereinsarchiv, im Keller von Heiligkreuzkirchen in Chur gewesen. Und dort habe ich einen Zeitungsartikel von 1982 gefunden. Das ist mein Geburtsjahr. Auf dem Zeitungsartikel hatte es ein Foto und einen Text. Und auf dem Foto waren die Kinder gerade dran gewesen, einen Müllcontainer zu bemalen. Im Text wurde unten beschrieben, dass sich die Kinder auf der Quadrowise getroffen haben, den Container angemalt haben und dazu hat es Spielung gegeben. Jetzt hätte ich natürlich den Artikel einfach wieder zurücklegen können und weitere Unterlagen studieren oder nach Hause gehen. Aber aus heutiger nicht ganz nachvollziehbaren Gründen habe ich das Archiv mit dem Text verlassen, habe den Artikel kopiert und bin dann mit dem Artikel auf die Quadrowise in Chur gegangen. Ja, und vielleicht wissen das schon ein paar, das ist nämlich die Geburtsstunde vom Kinderspieltag gewesen, wo es immer noch gibt. Und zwar dieses Jahr zum 21. Mal. Und im vergangenen Jahr hat es sogar einen Besucherekord von 6000 Personen gegeben. Der sehr klein Zeitungsartikel, der eigentlich kaum aufgefallen ist, hat der Dozer dazu geführt, dass sich Menschen seit über 20 Jahren dafür engagieren, dass Kinder einen Tag lang einfach Kinder sein dürfen. Egal von wo sie kommen, egal welche Hintergründe sie mitbringen. Ich habe mich vor ein paar Jahren von dem Kinderspieltag OK zurückgezogen, aber der Tag lebt weiter und weiter. Seit einigen Jahren hat Pro Junior und Rotarit Organisation übernommen. In dem Jahr übrigens findet der Allas am Samstag 1. Juli auf der Quadrowise statt. Also, Chatschibiti kann vieles. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber eben nicht alles. Bitte vergessen nicht, auch immer wieder um den Geist Gottes zu bitten. Und lasst euch auch von diesem Geist inspirieren. Denn nur so entsteht Neues. Nur so kann Gesellschaft und Gemeinschaft weiterkommen. Und nur so geht es im Wohl für Gemeinschaft. Denn der Geist Gottes, das wissen wir alle, der weht, wo er will. Ich wünsche euch in dem Sinne allen ganz ein gesegnetes Pfingstfest. Das Leben eben. Der Podcast zu Kirchen, Glauben, Religion und Gesellschaft.